Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Modepremiere 1, die erste. Ja also, dann kann es ja losgehen. Meine Damen und Herren, gestrickt ist diese Saison besonders wichtig. Auffallend sind geometrische Muster, Asymmetrie und Intarsie-Effekte in lebhaften Farben. Auch eine bequeme Sportlichkeit, und zwar bei Damen und Herren, ist in Blazer und Jacken aus Wullen und Baumwullen mit buntfalten Hosen oder Jeans. Trapezförmige Mäntel mit Kimono-Ermeln, breiten Krägen, Schals oder Kapuzen sorgen für eine bequeme Behaglichkeit. Aber natürlich wollen auch unsere Kinder gerne modisch anzogen sein. Und das Warenhaus sorgt für eine riesige Auswahl an farbenfrohen, pflegeleichte Kinderkleider wie Pullover, Jacke, Jeans und so weiter. Rassige Jacke aus Nappa-Leder, man trägt dazu modische Hemper und eine Lederkrawatte und Hosen aus Mischgewebe oder warmen Tweed. Klassisch ist das V-förmige Döps mit der betonten Schulterpartie. Dazu Accessoire, schwarz oder weiss. Angelehnt an die 50er und 60er Jahre sind diese Schippe mit eleganten Blusen aus fliessenden Materialien. So ist man selber bestens angezogen für die eigene Premiere. Weitere Vorschläge finden Sie im Modejournal von Ihrem Coop-Warenhaus. Und das hier, das ist der Gutschein für den grossen Oscar-Wettbewerb. Kommen Sie mit Ihrem Coupon ins Coop-Warenhaus, stempeln Sie es ab, Sie können verschiedene Preise gewinnen, die Sie gerade mitnehmen können. Zum Beispiel die Kodak Disc-Kamera, Schallplatte oder Eintritts-Bilette ins Kino. Mit dem Jackpot-Los nehmen Sie zusätzlich an einer Jackpot-Verlosung teil. Hier können Sie eine kompakte GVC-Videoanlage gewinnen, Sie können dazu über 100 Kodak-Sofortbildkameras gewinnen und Eintritts-Bilette ins Kino für zwei Personen. Kinder-Wettbewerb. Auch die Jugend ist im Coop-Warenhaus herzlich willkommen. Holt euch einen Bastelbogen, malet ihn aus und macht eine eigene Pink Panther-Szene. Bei diesem Wettbewerb gibt es wieder viele Kodak-Foto-Apparäte zu gewinnen. Du Damen, Sie sind gemacht. Danke vielmals. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen den Besuch im Coop-Warenhaus, das lohnt sich jetzt doppelt. Die nebst den neuesten Moden gibt es auch noch viel zu gewinnen. Auf jeder Seminan. Viel Vergnügen auch. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 3 Stück Servala-Vakuum verpackt, statt 2,40, jetzt nur 1,95. Kuchenteig 250 Gramm statt 1 Franken nur 80 Grappen und 500 Gramm statt 1,80 nur 1,40. Blätterteig 250 Gramm statt 1,10 nur 90 Grappen und 500 Gramm statt 2 Franken nur 1,60. Blumenziebeln, 14 Krokus, 7 Narzissen, 7 Hiazinten und 14 Tulpen nur 9,50. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag eine Schachtel Schweizer-Eier, Klasse A, statt 2,30 jetzt nur 1,75. Trauben Uwe Italien, per Kilo nur 1,80. Hier noch die aktuelle Preisschlager. Eine Packung an sechs Rollen Toilettenpapier Haakle nur 3,90. Pyjamas für Mädchen und Jungen je nach Grösse für nur 16 bis 22 Franken. Damenachthemmle aus Feinflanel für nur 22 Franken. Und Herrenpyjamas für nur 29 Franken. Auf Wiedersehen miteinander. Untertitelung des ZDF für funk, 2017